Wir schauen uns heute die nächsten beiden Bleachboxen an. Box 7 und 8. Dann haben wir noch ein Video vor uns. Und dann haben wir alles von Bleach tatsächlich schon angeschaut. So, aber jetzt erstmal Box Nummer 7 mit den Episoden 132 bis 151. Es hört sich auch so an, als ob irgendwas in dieser Box lose ist. Wahrscheinlich wieder eine Disc. So, darum geht es dieses Mal. Das Ganze kommt mit deutsch und japanischer Synchro. Geht 500 Minuten lang. Format 4 zu 3. Und ja, leider wieder keine Extras. Dann schauen wir uns mal das Innere an. Und noch unser zweites Motiv. Ich mache das schon mal vorsichtig auf. Ja, hier ist eine Scheibe locker. Nicht nur eine, sogar zwei Stück sind locker. Die mache ich mal schnell wieder rein. Ach ja, sowas liebe ich ja. So, und dann gucken wir uns noch die Motive innen an. Bevor wir uns jetzt die Scheiben anschauen. Wieso habe ich die wieder rein gemacht? War richtig unnötig. Aber gut. Hier haben wir Scheibe Nummer 1 wieder. Ja, einfach dieses Motiv ein bisschen, ja, rangezoomt. Das wird wahrscheinlich jetzt bei den anderen Scheiben auch so sein. Ja, ich sehe es schon. Da haben wir Nummer 2. Dann haben wir Nummer 3. Auch wieder vom großen Motiv. Und noch die letzte Scheibe Nummer 4. Auch natürlich wieder die Motive von außen. Also die waren dann einfach nochmal auf der Scheibe wieder richtig einfallslos. Aber gut. Kennt man ja nicht anders, nicht wahr? So. Innen haben wir dann wieder unsere typischen Symbole. Und noch dieses Motiv hier. Und dann schauen wir uns das natürlich auch nochmal schnell von außen an. Einmal schnell durchgescrollt. Und dann war das schon Box Nummer 7. Ich mache die Scheiben wieder schnell rein. Ich finde das wirklich schade, dass die Motive so lieblos sind. Aber man weiß ja nie, ob man das nur so machen durfte. Obwohl ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass man doppelt und dreifach das selbe Motiv nimmt. Aber gut. So. Dann war das Box Nummer 7. Dann haben wir noch Box Nummer 8. Mit den Episoden 152 bis 167. Mal gucken. Hier haben wir nur Ichigo auf dem Cover. Also müssen die Scheiben schon mal anders aussehen. Dann haben wir es nicht dreifach wenigstens. Das ist schon mal gut. Und hier schnell nochmal unseren Rücken von der Box. Und noch die Rückseite. Geht dieses Mal nur 400 Minuten. Aber kommt natürlich wieder mit deutscher und japanischer Synchro. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich spoilere mich jetzt nicht irgendwie mit den Motiven oder so. Aber so ein bisschen habe ich natürlich schon mitbekommen. Unter anderem, weil mein Freund Leach über alles liebt. Und ich da immer ein bisschen was mitbekommen habe. Aber halt auch nicht irgendwie zu viel. So. Und dann haben wir noch diese Motive auf der Innenseite. Und ich denke mal, wir haben jetzt schon die vier Motive von den Scheiben gesehen. Natürlich. Ich zeige es euch natürlich trotzdem. Nummer 1. Nummer 2. Und dann noch Nummer 3. Wenn ich diese Motive sehe, dann kriege ich richtig Lust, Leach weiterzuschauen. So. Dieses Mal diese Symbole. Und dann noch dieses Motiv. Und natürlich auch noch mal hier schnell von außen durchgescrollt. Ja. Das waren Box 7 und 8. Wir werden uns dann, wie gesagt, noch 9 und 10 anschauen. Und irgendwann werde ich dann auch mal Bleach weiter schauen. Vielleicht fange ich es vorher an zu lesen. Ich habe ja die ersten fünf Bände hier. Mal schauen, wie ich es machen werde. Aber ich habe gute 200 Folgen zum Schauen. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber gut. Ich werde sehen, wie ich es mache. Und wann ich es mache. Aktuell schaue ich noch Demon Slayer. Danach werde ich noch mal Goblin Slayer schauen, um auch den Film schauen zu können. Und dann mal schauen, was danach kommt. Ja, meine Lieben. Dann sind wir hier am Ende mit 7 und 8. Die Tage wird, wie gesagt, 9 und 10 kommen. Und dann sind wir schon fertig. Aber gut. Dahingehend dauert es noch ein paar Tage. Also wartet schön geduldig. Und dann sind wir hier am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht mir vor. Tschüss.